Allein in Deutschland entstehen pro Jahr um die 400 Millionen Tonnen Abfälle. Diese große Menge an Abfällen einer effizienten Verwertung zuzuführen, stellt ein enormes Problem dar. IMAIN24 möchte mit ihrem Konzept zur Lösung dieses Problems beitragen. Abfälle sind Wertstoffe und es gilt diese effizient zu verwerten. Mit unserem Aktionsportal IMAIN24 bieten wir das ideale Werkzeug, um die Effizienz der Abfalllogistik zu optimieren. Mein Name ist Ricardo Kötter und ich bin Ideengeber und Mitgründer von IMAIN24. Die Anmeldung auf IMAIN24 ist super unkompliziert. Einfach oben auf Registrierung klicken, deine persönlichen Informationen eingeben und schon nach wenigen Sekunden erhältst du eine E-Mail mit deinen Zugangsdaten. Du bist Händler oder Entsorger? Kein Problem. Einfach Registrierung gewerblich klicken, Benutzergruppe wählen, die für dich am attraktivsten ist, deine persönlichen Informationen eingeben und nachdem du die Zugangsdaten per E-Mail erhalten hast, kann der Handel auf IMAIN24 beginnen. IMAIN24 generiert seinen Umsatz über die Auktionsgebühr, die vom Bieter zu zahlen ist. Demnach ist für Inserenten IMAIN24 kostenfrei. Einmal angemeldet, kannst du deinen Account ganz einfach verwalten. Du möchtest inserieren? Klick oben auf Benutzernamen, öffne mein IMAIN24 und schon öffnet sich dein Benutzerprofil. Klicke links auf Artikel Verwaltung, Artikel Stamm, dann Artikel hinzufügen und schon bist du inserent. Ein Onlineportal wie IMAIN24 garantiert nicht nur eine effektivere Abfallsammlung und damit auch eine höhere Recyclingquote, sondern bietet auch viele Vorteile für alle Privathaushalte. IMAIN24 ist eine bequeme und umweltfreundliche Möglichkeit, ihren Schrott nicht nur loszuwerden, sondern auch zu einer effektiveren Entsorgung beizutragen. Mein Name ist Viti IMAG. Ich bin der Geschäftsführer von IMAIN24. Als Ricardo mir seine Idee vorgestellt hat, war ich direkt begeistert und habe mich an den Unternehmen beteiligt. Ich bin schon seit einigen Jahren in der Abfallwirtschaft tätig und davon überzeugt, dass ein Portal wie unseres einfach fehlt. Die Abfallwirtschaft ist derzeit noch analog organisiert und wir haben die digitale Lösung. Mein Name ist Oliver Stepanian. Seit Jahren führe ich eine Softwarefirma. Die Entwicklung von der Auktionsplattform IMAIN24 war am Anfang für uns ein ganz normaler Auftrag, aber nach mehreren Gesprächen mit Auftraggebern haben wir uns entschieden, uns an diesem Projekt zu beteiligen. Nach kurzer Analyse ist es ersichtlich, dass die Abfall- und Schrottbranchen immer noch sehr analog aufgebaut sind. Und eine digitale Lösung dafür ist natürlich eine Marktlücke. Hallo, ich bin Sevda. Ich bin hier bei IMAIN vor sechs Wochen um kennis zu machen mit System. Denn binnenkort gehen wir in Nederland online. Als mir Ricardo von seiner Idee erzählt hat, war ich sehr überrascht. Denn für mich zeigt das, dass er kein gewöhnlicher Jugendlicher ist, sondern dass er sich Gedanken macht über sich und seine Zukunft. Und ich kenne ihn jetzt seit gut einem Jahr und freue mich eigentlich, dass er das so gut umgesetzt bekommt. Und wenn ich eine Waschmaschine hätte, die ich weggeben müsste, würde ich sie bestimmt bei IMAIN einstellen. Der Abfall- und Wertstoffmarkt ist ein weitgehend analoger Markt. Der E-Commerce-Anteil dieser Branche ist geschwindend gering bis gar nicht vorhanden. Mit IMAIN24 werden wir dies ändern. Bis zum nächsten Mal.